Was soll ich dazu machen? Was soll ich dazu machen? Wir alle sind sehr dankbar, dass du dich uns jetzt mehr und mehr offenbarst. Wir hatten vor vielen Jahren ja überhaupt nicht die Chance, das Wissen, was heute da ist. Wir hatten nicht die Chance, das Wissen, das wir heute haben, in unser Leben zu bringen. Bitte hilf uns, dass wir es verinnerlichen. Bitte hilf uns, dass wir es tief in unserem Herzen erinnern können. Und dass wir dieses auf möglichst einfache Weise unseren Mitmenschen mitteilen. Und dass wir dadurch die Herzen der Menschen für dich gewinnen können. Und dass wir dieses dann aus Deutschland, aus der ganzen Welt heraus, in die eine Weltfamilie, die du dir so sehr wünschst. Und ich bedanke mich bei Zeit, der diesen Weg für uns gegangen ist. Und ich bedanke mich auch bei seiner Familie, die so viel Leid und Schmerz auch mitgegangen sind. Und ich bin auch sehr dankbar für seine Familie, die mit ihm durch diese Zeit der Schmerz und Schmerz gegangen sind. Und so bitte ich dich, Vater, segne uns allen und jeden unserer Schritte. Und deswegen, Vater, ich bedanke mich, bitte alle von unseren Schritten. Danke, Amen, im Namen unserer wahren Eltern und im Namen von Gottes Herzen. Danke, Amen, in the name of our true parents and in the name of God's heart. Amen. 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 Womit ich euch helfen möchte, sind drei Dinge. Ich möchte euch dort zurückbringen, wo ihr hingehört, wo ihr herkommt. Ihr habt euer Zuhause verloren. Ich möchte euch helfen, während ihr hier seid. Und was ist die allerwichtigste Sache in eurem Leben? Die ihr tun könnt und die euch immer während der Glückseligkeit beschärmt. Und damit ihr für immer im ewigen Leben leben könnt. Und ich möchte euch deswegen... Ich muss erst noch das Noben sagen, was ich vorstelle. Deswegen möchte ich euch den vorstellen, der eure wahren Eltern ist. Der euer wahre Geliebter ist. Den, den ihr vergessen habt. Und es gibt deswegen drei Dinge, mit denen ich euch helfen möchte. Der Tod ist kein Tod. Der Tod ist wie bei einer Ampel das grüne Licht. Für ein neues Leben. Wir werden uns alle wieder treffen. Aber ihr werdet mich vielleicht in der geistigen Welt fragen. Warum konntest du uns nicht alles offenbarten? Und deswegen haben wir auch viele Bücher. Gott hat diese Bücher geschrieben und Gott spricht in diesen Büchern. Und in diesen Büchern ist das Licht Gottes. Es ist also eure Verantwortung, dass ihr euer wahres Zuhause kennenlernen solltet. Oder wollt ihr, dass ich meine Bücher für euch vorlese? Ich meine, ich kann das tun. Ich habe ja schon ein Hörbuch gemacht. Vor 2000 Jahren hat Jesus gesagt, ich kenne so viele himmlische Dinge, aber die kann ich nicht mit euch teilen. Weil ihr sie nicht verstehen werdet. Denkt ihr, das war richtig, was Jesus hier gesagt hat? Wie viele von euch denken, dass das richtig war, was Jesus gesagt hat? Jesus lag falsch. Wer ist Jesus, dass er die Gesellschaft richtet, dass die Leute ihn verstehen oder nicht verstehen werden? Gott hat ihn zu Messias gemacht. Und Gott sagt zu ihm, offenbare, was du gehört, gesehen und erfahren hast. Aber Jesus richtet die Gesellschaft und sagt, ihr werdet das sowieso nicht verstehen. Lag er also richtig oder lag er falsch? Sagt es mir. So, who got it? Was it was a baby? Ja, Josephine. Josephine hat Jesus gerichtet. Ich frage euch also eine Frage. Wer hat wirklich den Nachteil davon bekommen, dass Jesus das nicht offenbart hat? Nicht die Alphen. Nicht die Alphen. Wer hat die Nachteile bekommen, weil sie nicht den Weg kennen, nicht den Architekturplan und nicht das Ziel von Gott. Wer hat die Nachteile bekommen? Von den neuen Mitgliedern möchte ich gerne. Wir alle. Sie sehen das? Genau. Alle von uns. Jede Generation hat den Nachteil bekommen. Aber hätten wir geteilt, er hätte Jesus das mitgeteilt. Und wir haben später viele großartige Menschen gekommen. Und wir würden heute in einer anderen Welt leben. Mich interessiert es nicht, dass hier nur 35, 40 Leute sind. Sondern ich rede zur Zukunft. Denn wenn ihr es nicht versteht, Gott sagt, in der Zukunft werden Leute kommen, die dich besser verstehen werden, die Gott besser verstehen werden, als wir heute. Mich versteht nicht. Mich versteht nicht auch meine Frau. Gott sagt, es werden Leute kommen, die es verstehen, die Gott besser verstehen, als wir jetzt. Die werden eine tiefere, lebendige Beziehung mit Gott haben, als wir. Ich rede also zur Zukunft. Was glaubt ihr gerade jetzt? Wie viele Geistwesen sind hier in diesem Raum? Ich habe seine Vorfahren gesehen, ihre, ganz am Ende, ganz am Ende, und Herr Victor, und von all eure Vorfahren habe ich hier sitzen gesehen. Normalerweise bekommen sie nicht die Möglichkeit, hierher zu kommen. Sie brauchen alleine 7000 Jahre, bis das Geistwesen jemanden findet, mit denen es arbeiten kann, mit dem er noch einen Körper hat. Und der Prophet Elia, der hat 900 Jahre lang nach jemandem gefunden, und dann hat er Johannes den Täufer gefunden. Das war also nicht einfach. Was glaubt ihr, wie viele Leute sitzen hier, wie viele Geistwesen? Wie viele? Habt ihr hier nicht noch Stühle? Die sitzen da auch. Die sitzen auf, das sind so hohe Stühle. Das ist so hohe Stühle. Das ist so hohe Stühle. Weil dieses Herr braucht eine Stühle. Nein, wir haben einen Stühle. Wir haben einen Stühle. Wir haben einen großen Hocker. Der sitzt auf dem Hocker. Aber er feint der Herr hier, weil er schon älter ist, auch bei den Rücken lebt. Der hat auch? Der hat einen Hocker. Er sitzt auf dem Hocker. Ah, ja, alle Hocker, okay. Gut. So, was war ich was asking? Wie viele Geistwesen sind hier? Nein, ich war was asking. Ja, was glaubt ihr, wie viele ungefähr? Mehrere Tausend. Zumindest drei mal vierzig. Elisabeth hat recht. Gerade jetzt, zur Zeit sitzen hier Millionen von Geistwesen. Zum Beispiel. Wenn von einem Vorfahrer erlaubt wird, dass er hierher kommt, dann ist aus der ganzen Dimension die ganzen Leute qualifiziert, hierher zu kommen. Das sind also nicht nur Millionen, das sind nicht nur Milliarden, nicht nur Billionen. Sondern es hören zahllose Geistwesen geradezu. Aber warum könnt ihr sie nicht sehen? Sagt einmal mit mir. Wir sind Lindens. Wunderbar. Und wir sind dann stolz. Und wir bleiben blind. Und wir bleiben blind. Wir bleiben blind. Und ich möchte erst gerne über Gottes Bild reden. Und der Prozess dieser Schöpfung. Es gibt zwei Erwartungen. Es gibt zwei Prozesse. Wollt ihr einmal über den wissenschaftlichen Prozess dieses Universums hören? Oder was die Engel sagen? Die Engel sind auch sehr intelligent. Oder wollt ihr über den emotionalen Aspekt dieser Schöpfung hören? Wie viele wollen intellektuell? Wer alles intellektuell haben? Wer alles intellektuell haben möchte, hebt die Hand. Wer alles emotional haben möchte, hebt die Hand. Die AfD hat keine Chance. 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 Eine Stimme. Ich habe dich nicht gewählt. Meine Tochter hat fünf Stimmen verloren, so sie war Abgeordneter in Hessen. Fünf Stimmen. Manchmal ein Stimme. Manchmal ein Stimme. In Amerika war es so, als sie abgestimmt haben, dass es die Nationalsprache ist, hat eine Stimme gefehlt, dass heute die Nationalsprache Deutsch gewesen wäre in Amerika. Ihr seid sehr machtvolle Leute. Aber ihr seid alle Saulus. Wisst ihr, wer Saulus ist? Der Typ, der die Mission von Jesus kaputt gemacht hat. Und dann seid ihr Paulus. Saulus hat erst die Mission von Jesus kaputt gemacht, zerstört. Und später ist er Jesus nachgefolgt. Deswegen seid ihr Paulus. Auserwählte Leute. Eles sind Tag für seinen Abend yılistuk. Wenn ihr den Land spät löst, zerstört. Wir sind plötzlich nur die Dr. Peregrineorge. Serie Ase. Ja? Ja? Ask time to time if they are... Is it? Bleib noch da. Jakob nickt. Okay. Many people like to know, where God comes from. Viele Leute möchten gerne wissen, woher Gott kommt. Who God is. Wer Gott ist. Wie dieses Leben angefangen hat. Denn Gott selber hat gesagt, es gab eine Zeit in der dunklen Ewigkeit, als es noch nichts gab, über das wir sprechen konnten. Nichts, was man sich vorstellen kann. Aber da war nur einer, der das universelle Bewusstsein war. Aber wie begann dieses universelle Bewusstsein? Habt ihr euch das jemals gefragt? Und wie war dieses universelle Bewusstsein in dieser Zeitperiode, universell unbewusst? Bis es sich zum universellen Bewusstsein entwickelt. Es gibt drei Prozesse. Hören. Hören. Emotionen. Emotionen. Erst hören. Sehen. Dann sehen. Und dann Emotionen. Hören. Hören. Haben Sie noch mal herausgefunden, was in der Schwangerschaft mit einem Baby passiert? Was passiert? Was bildet sich zuerst heraus bei Babys? Die Ohren. Ja, die Ohren. Jeden Prozess teilt Gott euch mit, aber ihr seid alle unbewusst. Und deswegen sagt Gott auch, meiner Schöpfung gibt es so viele Dinge, die ihr sehen könnt. Entdecken könnt. Ja, nur wenn ihr kommt und mir euer Herz öffnet. Er hat also recht. Erst begann das Hören. Was kommt danach? Was bildet sich dann bei Babys raus? Die Augen. Die Augen. Ich erkläre euch diesen Prozess aus dem universellen Standpunkt von Gott. Aber Gott hat nicht Augen wie ihr. Aber ohne Augen konnte Gott sehen. Und ohne Augen konnte Gott hören. Und danach, was war der dritte Prozess? Das Baby. Das Herz. Und dann bildet sich die Struktur. Und dann bildet sich die Struktur des Körpers. Da hat jemand die Struktur des Körpers. Dass er nicht mehr kann sie. Da hat jemand noch mal, bevor er sein Geist hat, sein Körper verlassen hat, Druck auf seinen Körper gefühlt. Als hätte er sich nicht mehr bewegen können. Sandra ist da. Sandra? Ja, ja. Egal, eine Fliese, die hat einfach passieren. Also bei wen ist das alles schon passiert? Dass ihr nur noch als universelles Bewusstsein da wart, aber ihr konntet euren Körper gar nicht mehr bewegen. Ihr konntet nicht mal mehr euren Körper bewegen, nicht eure Augen, gar nichts. Ist das mit dir passiert? Ist das mit dir passiert? Ist das mit dir passiert? Oh, es gibt viele Leute. Das bedeutet, dass dein Körper in diesem Moment kein Kontakt mit deinem Bewusstsein in Kontakt war. Der Unterschied ist jetzt, dass ihr einen Körper habt, aber Gott hatte am Anfang gar keinen Körper. Er war ohne Körper. Ohne Material. Und wie ist denn dieses Bewusstsein und Unbewusstsein und dieses Bewusstsein in Kontakt gekommen? Wie? Oder wie kam dieser Wechsel? Zum Beispiel, wenn dein Baby geboren wird? Ist das Baby dann unbewusst oder bewusst schon in seiner Umgebung? Unbewusst. Unbewusst. Unbewusstsein. 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 Und genau den gleichen Prozess hat Gott gebraucht. Aber wo begann dieser Ursprung von Gott? Bevor er überhaupt bewusst wurde. Was sagt die Wissenschaft? Was sagt Gott? Die Wissenschaft sagt, dort wo kein Licht ist, da fängt ein Gefrierprozess statt. Und dort fängt an, tote Materie zu entstehen. Hier musst du mich verstehen. Und diese tote Materie, wer hat die erschaffen? Professor? Ja, du kannst wieder ruhig sein. Okay, die letzten Haie haben wahrscheinlich gar nicht gehört. Alle hinter das Haie. Wer hat die tote Materie erschaffen? Die Wissenschaft sagt, dort wo kein Licht ist, und alles dort in einen Gefrierzustand kommt, dort beginnt der Funken der toten Materie. Dort ist der Funken für die tote Materie. Und wer hat das erschaffen? Ich möchte, dass ihr mit mir interaktiv mitmacht, weil sonst wird euch langweilig. Ja, sonst schlaft ihr noch einen. Es gibt keine falschen Antworten. Nein, nein, du kannst die falschen Antworten geben. Nein, du kannst eine falsche Antworten geben. Ich möchte euch einen emotionalen Punkt bringen. Ich möchte euch ein bisschen zu den emotionalen Punkt bringen. Wer hat die tote Materie erschaffen? Niemand, niemand, in dieser Toten Materie sind so viele Elemente enthalten, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Aber es gibt manche Elemente dort, in dieser Toten Materie, die ähnlich sind zu dem, was Mann und Frau sich geben, wenn sie Liebe machen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn eine Frau schwanger wird? Wenn ein Mann einmal mit dir schläft und die Frau kann durch den Rahmen des Mannes ungefähr dreieinhalb Millionen Mal schwanger werden. Stellt euch vor, die Frau müsste alle diese Kinder gebärben. Würdet ihr glücklich sein? Müsst ihr schneller gehen? Ich mache euch einmal schwanger und dann sind eure Probleme gelöst. Ja, dann lass mich für immer geboren. Dreieinhalb Millionen Zellen gehen in die Frau. Dreieinhalb Millionen potenzielle Kinder können entstehen. Und betet mal zu Gott, dass das Königreich Gottes jetzt auf Erden errichtet wird. Dann betet, dass ihr diese Zeit seht. Ansonsten werden die Wissenschaft das nutzen, um aus all diesen Zellen Armeen von Menschen zu machen, um die für militärische Zwecke einzusetzen. Und das würde ein Desaster sein. Dass Kinder, die keinen Vater, keine Mutter haben. Und ihr sie zu Soldaten ausbildet. Was für eine Welt wäre das? Betet zu Gott, dass dieses Mal das Königreich Gottes kommt. Wie viele stimmen mir darüber ein? Jeder. Wie viele sind mit mir einverstanden, das Königreich Gottes zu errichten? Alle, die ich gemeldet habe, haben mir das gemerkt. Gott hast du es gesehen. Und das Königreich Gottes zu errichten, das ist eine Herausforderung. Sein Wischiwaschi kann jeder tun. Diese dreieinhalb Millionen Zellen, die ein Mann auswirft. Und all die X-Chromosomen, die die Frau hat. Ich habe nicht an den Muskeln gerannt. Er hat einmal kennengelernt und er hat gesagt, heute ist schon sehr langweilig. Und dann hat er gesagt, aber mein Körper ist riesig. Und dann, du suchst die Toilette, die ist... Was war das Thema? Die dreieinhalb Millionen Zellen. Und die Eizellen der Frauen. Das war in dieser Toten Materie. Und da waren noch mehr Elemente in dieser Toten Materie. Und jetzt fängt die emotionale Geschichte an. Wenn Gott mich in diesem Punkt mitnahm. In dieser dunklen Ewigkeit sagte er, dass kein Wesen, keine Schöpfung jemals hier war. An diesem Punkt. Ihr seid hier alleine. Das ist ein Entwicklungsprozess zwischen mir und Gott. Und ich habe gesehen, dass vor mir der Ewigkeit die Ewigkeit in Licht erschien. Und hinter mir, hinter Gott, hinter Gott, war die dunkle Ewigkeit. Und Gott sagte, komm in mich. Denn du selber kannst diese Reise nicht antreten. Komm in mich. Komm in mich. Und lass mich dir zeigen, wie mein Ursprung begann. Er stand dort als Wesen. Er stand dort als Wesen. Aber als ich in ihn ging, ging, dann verschwammt seine Form. Und ich habe keine Form. Es gab keine Form mehr. Es gab keine Form mehr. Aber die haben ein Tempo. Sie haben ein Tempo? Ja. Ne, das tut genug. Mohammeds Tränen haben sie, wenn er geweint hat, haben sie die aufgesammelt und haben es über ihr eigenes Gesicht geredet. Als ich in Gott also gegangen bin, von diesem Tag an verschwand seine Form. In ihm existierten viele Ewigkeiten aus Licht. Und jetzt fangen wir mit unserer neuen Reise an. Aber was sagte Gott? Ich und du sind hier, aber niemand anderes war jemals hier oder ist hier. Wir reisen jetzt in die Vergangenheit, was habe ich also gestern gesagt, wenn Gott euch liebt oder ihr Gott liebt, jeder Mensch bekommt einen Samen. Und aus diesem Samen könnt ihr Licht wie im ganzen ewigen Leben haben. Oder ihr macht auch im Geist schwarz. Dunkel. Und dann sagen die religiösen Menschen ja immer Fahrzeuge. Dunkel. Dunkel. Dunkel.